Hallo ihr Lieben, das ist ein Video mal wieder mit einer steilen These von mir und zwar die These ist, eine Gesellschaft in der Emotionalität mit Unsachlichkeit verknüpft ist, in dem Sinne, dass man auch Leuten vorwerfen kann, zum Beispiel, du bist so emotional und damit wird automatisch gesagt, jemand sei unsachlich oder es sei unerheblich, was derjenige sagen würde, denn es sei ohnehin irgendwie verzerrt oder überspitzt oder irrelevant oder wie auch immer. Eine solche Gesellschaft, also eine Gesellschaft wie unsere, hat nicht nur ein insgesamt als Gesellschaft ein psychisches Problem, sie hat vor allem auch ein Interaktionsproblem und ich wiederhole nochmal ganz alten Kram von mir, also meines Erachtens geht all das, also diese Verknüpfung von Emotionalität mit Unsachlichkeit auf ganz alten Scheiß zurück, nämlich auf ein platonisch-aristotelisches Konzept der menschlichen Psyche. Also unser Verständnis, wie wir Menschen uns vorstellen, auch im Alltag, wie unsere Psyche funktioniert, also wie wir arbeiten, wie wir sozusagen selber funktionieren, ist tatsächlich geprägt von, ich würde wirklich sagen, platonisch-aristotelischen Vorurteilen oder Misskonzeptionen. Also das heißt von wirklich einem objektiv falschen Verständnis davon, wie Menschen funktionieren. Und also kann man, also das würde sehr weit führen, das detailliert auszuführen, es gibt komische, sozusagen zumindest Andeutungsartikel von mir, in welche Richtung das geht, und warum das Bild von der Psyche, das in der Antike mal entstanden ist, heute einfach nicht mehr aufrechterhalten werden kann, nicht mehr, also sich als tatsächlich objektiv falsch erwiesen hat. Das Problem ist, dieses Bild von uns selber hat sich sehr, sehr tief verankert in der Gesellschaft bis hin in die Form unserer Institutionen, auch in unserer Sprache sozusagen. Es hat sich, ist Teil des genetischen Codes, rein als Metapher gedacht, des genetischen Codes unserer Kultur geworden. Also es ist ein ganz, ganz tief basaler Scheiß, der aber leider falsch ist. Und dass wir also sozusagen mittels unserer, der Mittel unserer heutigen Psychologie, der modernen wissenschaftlichen Psychologie, neuzeitlicher Prägung, wir, wir sozusagen wissen, dass das so nicht stimmt, hilft uns da keinen Meter weiter, weil sozusagen die Erkenntnisse setzen sich nicht im Alltag und auch nicht in der Form unserer Institutionen durch. Und die Kurzvariante, um das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, worüber faselt der komische Kerl da, geht in die Richtung. Emotionsausdruck ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der sozialen Koordination. Menschen, die einen reduzierten oder gar keinen emotionalen Ausdruck haben, sind unfähig zu erkennen, was Sache ist. Und da kommen wir eben wieder rein, Verknüpfung von Emotionalität und Sachlichkeit, statt Entknüpfung, zu sagen, wenn es sachlich ist, ist es unemotional und wenn es emotional ist, ist es unsachlich. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Über die Emotionen nähern wir uns der Sache und oft sind auch die Emotionen selbst die Sache, um die es geht. Also der sich auch zugewandt werden muss, die ein Signal gibt. Und vor allem, und das ist ganz entscheidend wichtig, Gewichtung. Wir können uns unendlich lang darüber streiten, was Sache ist. Also wir könnten uns sogar einig sein, dass etwas passiert ist. Das wissen wir sozusagen gerade zum Beispiel aus dem Thema Augenzeugen, wie schwierig das ist, dass sich Leute, die auch bei einer Sache dabei waren, beim Vorgang dabei waren, beim Ereignis dabei waren, dass die Leute so darüber berichten, dass man den Eindruck hat, das war das gleiche Ereignis. Das ist schon mal das eine. Aber selbst wenn wir uns einig würden, was eben Sache ist, dann ist die Gewichtung, wie wichtig ist das oder welche Handlungskonsequenzen hat das, geprägt und gesteuert von Emotionen. Und das heißt, Emotionen sagen uns, was ist wichtiger und was ist weniger wichtig. Das bedeutet auch, ist auch der Grund, warum wir aus der Distanz, aus der Ferne, auch aus der sozial-medial-vermittelten Ferne oft nicht richtig liegen in der Gewichtung. Also das heißt, es gibt einen sachlichen Grund, warum wir Menschen physisch in einem Raum zusammenkommen müssen, um gemeinsam über Dinge, die uns gemeinsam angehen, zu beraten. Und das gilt vor allem auch für das gesellschaftliche Subsystem Politik. Also es ist zwingend erforderlich, nicht medial vermittelt Politik zu machen, weil das nicht funktionieren kann. Und zwar aufgrund von objektiv Gegebenheiten der menschlichen Psyche. Also weil wir so sind, wie wir sind und nicht anders, brauchen wir es, dass wir zusammenkommen und dass wir sozusagen, so komisch das klingt, uns unsere Gefühle zeigen. Und das hat so einen, wie soll man sagen, für viele so einen windelweichen, schwammigen Klang. In Wirklichkeit ist Gefühlezeigen mit das Härteste, was es gibt. Also wer sich dem mal annähern will und so eigene Erfahrungen damit noch will, ich bin jetzt nicht mehr ein riesen Fan davon, aber man kann mal zum Beispiel in ein gewaltfreies Kommunikationstraining gehen, in irgendeins, was halbwegs gut ist. Ja, so GFK nach Marshall Rosenberg, da sind Gefühle ein wichtiger Schritt. Und also wer das schon mal versucht hat zu praktizieren, also wirklich das so zu machen, wie die komischen GFK-Leute sich das vorstellen, merkt, wie hart das ist. Das ist eine sehr, sehr harte Methode. Da ist nichts weich dran. Das ist extrem konfrontativ und extrem direkt. Gefühle zeigen ist eine ziemlich harte Geschichte, vor allem, wenn es um die eigenen Gefühle geht und nicht nur um die der anderen. Wenn man also selber raus ist, man ist nur Beobachter oder professioneller Berater oder Therapeut und so, und es geht immer nur um die Gefühle der anderen, ja, das ist easy. Aber wenn deine eigenen Gefühle ins Spiel kommen und du die zeigen musst, das ist für die meisten von uns hart. Für mich kann ich das unterschreiben. Und ich weiß nicht, ob man mir das hier abkauft und ich das sage, ich selber, also um auch nochmal offen zu legen, aus welcher Positionierung heraus ich spreche, bin ein stark gefühlsreduzierter Mensch. Mein, sozusagen, gefühlsbewegtester Teil meines Lebens habe ich hier in meinen komischen Videos. Im Alltag ist eines meiner großen Probleme, dass mein eigener Gefühlsausdruck, also in der unmittelbaren Interaktion mit meinen Mitmenschen im Alltag, im Beruf, in der Familie, extrem reduziert ist. Aus Gründen, die mit meiner Biografie zu tun haben. Das heißt, reflexartig unterdrücke ich Gefühlsausdruck und das fällt mir in meinem Alltag ein ums andere Mal auf die Füße. Und so kann ich sagen, aus purer Eigenerfahrung, es gibt ein Problem, wenn Menschen keine Gefühle zeigen, weil sie nämlich dann für ihre Mitmenschen zu einer Art nebulöses, ungreifbares Etwas sind, auch wenig Reaktion hervorrufen, aber auch die anderen wissen nicht so richtig, woran sie sind, weil sie sozusagen gar nicht mitkriegen, wo ich innerlich bin. Natürlich habe ich auch Gefühle, aber sie sind halt unterdrückt in ihrem Ausdruck. Ein Gefühlsausdruck ist ein Moment sozialer Koordination, wie es die heutige Wissenschaft fasst. Also so gut wie alle Wissenschaftler, die sich professionell mit dem Thema Gefühlsausdruck befassen, also zum Beispiel mit Tränen, mit Lachen und anderen Dingen und das systematisch erforschen, welche Arten des Weinen gibt es, welche Arten des Lachen gibt es und andere Dinge, ja, auch zum Beispiel solche Dinge wie Erröten, das gehört dazu, wie ist die Mimik, wie ist die Gestik, wie ist die ganze Körperspannung und Körperhaltung, also wie sich eben Gefühle ausdrucken, sagen alle, es geht um soziale Koordination. Und von dem her können wir ableiten, eine Gesellschaft, die über den Vorwurf der Unsachlichkeit Gefühlsausdruck systematisch unterdrückt, hat automatisch ein Koordinationsproblem. Das heißt, wir gehen ständig aneinander vorbei, wir handeln aneinander vorbei und dann, das erzeugt Enttäuschungen, weil oft haben wir die Form, dass wir tatsächlich erst mal kooperativ sind, so nach dem Muster Tit for Ted und wenn kooperiert wird, dann versucht der andere auch zu kooperieren. Also wir Menschen sind tatsächlich auf Kooperation miteinander angelegt, nur, wenn ich einen Riesenaufwand betreibe, um auch dir etwas Gutes zu tun oder um dich zu unterstützen bei irgendetwas, was du tust, also kurz gesagt, ich will kooperieren und unser Gefühlsausdruck ist dabei reduziert, dann passiert Folgendes, in der Regel kommt es zu Enttäuschungen. Es ist eben so, ich betreibe einen Aufwand, der es am Ende nicht wert ist und das hat zur Folge, ich werde frustriert. Ja, frustra heißt im Lateinischen vergeblich. Ich tue es vergeblich. Ich werde frustriert, weil der Effekt nicht eintritt, den ich mir davon versprochen habe, weil wir auf der Grundlage unterdrückten Gefühlsausdrucks gehandelt haben. Und natürlich gibt es so ein Thema, dass es sozusagen schauspielerische Leistungen von uns allen gibt. Ja, nicht nur in Richtung, wir tun so, als ob es uns nichts ausmacht, wir tun so, als wären wir ganz cool, wir tun so, als wäre alles in Ordnung, ja, ja, passt schon und alles cool und tralala, das gibt es natürlich. Aber es gibt natürlich auch Schauspielerei in die andere Richtung, also die Drama-Queens und Drama-Kings unter uns, die riesige Emotionen aufbauen auf Dingen, die ein Furz sind. Dazu kann ich nur sagen, in einer Gesellschaft, die Gefühlsausdruck nicht systematisch unterdrückt, fliegt sowas viel schneller auf, weil die Leute viel mehr Erfahrung mit Gefühlsausdruck haben und leichter unterscheiden können aus Erfahrung zwischen gefakten Gefühlsausdruck und mit Leuten, die halt authentisch ausdrücken, was halt gerade los ist in ihnen und was halt etwas mit ihnen macht, sodass wir damit arbeiten und damit weitergehen können. Und das hat einfach sehr viel mit den Themen Hierarchie und Macht zu tun. Also wenn man fragt nach dem Grund, warum ist es oft, wie soll man sagen, vorteilhaft oder naheliegend, Gefühle nicht zu zeigen, dann hat das extrem viel mit Macht- und Hierarchie-Phänomenen zu tun. Also in einer Gesellschaft, die sich letztlich immer noch hierarchisch aufstellt, in denen es extreme Machtungleichheitsphänomene gibt, zum Beispiel in Firmen, dein Chef kann dich kündigen, aber du kannst deinen Chef nicht kündigen. So, das wäre ein Beispiel für eine Machtasymmetrie. Oder du kannst mich verletzen, aber ich kann dich nicht verletzen. Machtasymmetrie. In einer Gesellschaft, in der solche Phänomene allgegenwärtig sind, und das ist in unserer Gesellschaft der Fall, ist es hoch riskant, für beide Seiten Gefühle zu zeigen. Also zu zeigen, was los ist. Und wenn alle gemeinsam nicht zeigen, was mit ihnen eigentlich los ist, sondern strategisch kommunizieren, untertreiben, übertreiben, Alibi-Kommunikation betreiben, Ablenkungskommunikation betreiben, dann darf man sich nicht wundern, dass diese Gesellschaft nicht mit sich klarkommt. Ja, wir wissen nicht, was Sache ist. Wir wissen nicht, was beim Anderen los ist, und am Ende wissen wir auch nicht, was bei uns selber los ist, weil so viel sagt uns unsere heutige Forschung auch. Wir Menschen brauchen es, dass andere Menschen uns unsere Gefühls- und Bedürfniszustände spiegeln, um sie überhaupt für uns selber anzuerkennen. Das heißt, die Vorstellung davon, ein Mensch sei fähig, für sich selbst herauszufinden, was mit ihm ist, also ganz alleine, wenn er auf einer einsamen Insel ist, ja. Robinson Crusoe ohne Freitag, ja, so in der Art. Also man ist alleine, ganz alleine auf einer Insel, wie in diesen komischen, komischen Karikaturen oder Comics. Ein solcher Mensch würde nach kurzer Zeit Probleme mit sich selber kriegen, weil wir Menschen darauf angelegt sind und unsere eigenen Gefühle vermittelt über andere wahrzunehmen. Dazu ist natürlich immer notwendig, dass der andere das korrekt spiegelt und nicht was anderes spiegelt oder gar nicht spiegelt, weil er gar nicht damit umgehen kann, mit Gefühlen und weil er das auch in sich nicht kennt. Also sozusagen in einer Gesellschaft, in der alle gefühlsreduziert sind, in der alle mit sozusagen Emotionen Probleme haben, haben am Ende alle miteinander ein Problem und auch mit sich selber zugleich, ja. Wir brauchen, wir brauchen sozusagen ein ganz bestimmtes Geschehen, das relativ direkt, relativ emotionsoffen und auch ziemlich hart ist für alle. Aber es ist lebendiger und es ist auf eine ganz merkwürdige Art wahrer und auch sinnvoller bei der gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung oder bei der Entwicklung gemeinsamer Lösungen für Situationen. Menschen, die ihre Gefühle nicht zeigen können, weil sie permanent in Machtstrukturen eingebunden sind und Hierarchiestrukturen eingebunden sind, sind nicht fähig, gute Lösungen zu finden. Können sie nicht. Also das heißt, auch da kann ich aus meiner professionellen Arbeit berichten. Ich habe sozusagen in der Arbeit mit Menschen immer versucht, an die Emotionsebene ranzukommen, trotz meiner eigenen Restriktionen und meiner eigenen Wunden und Unfähigkeiten, weil ich wusste, dass wenn wir da nicht hinkommen und wir fangen an, an Lösungen zu arbeiten, dass wir am Thema vorbeiarbeiten, dass wir daran vorbeiarbeiten, was halt Sache ist, was los ist. Und dazu müssen die Emotionen irgendwo im Raum sein. Das heißt, alle sozusagen Schulen der Menschenarbeit, die einigermaßen was taugen, weisen darauf hin, dass du auch an die emotionale Ebene ran musst und dass du nicht daran vorbeiarbeiten darfst. Und das machen wir aber als Gesellschaft die ganze Zeit. Wir arbeiten an den Emotionen vorbei. Wir tun so, als würden die nur stören, als wären die nur unsachlich, als täte das nichts zur Sache. Dabei sind unsere Gefühle ganz oft die Sache oder sie sind zumindest sehr direkte Verweise auf Sachzusammenhänge. Das heißt, ganz oft auch Verweise auf hier muss gehandelt werden und hier ist gerade wichtig, dass wir Ressourcen hinschieben und dass wir was unternehmen. In dem Sinne, wie man manchmal sagt, Störungen haben Vorrang. Und wir erleben Emotionalität ganz häufig als Störung, aber dann machen wir weiter und gehen drüber weg und drücken das weg und sagen, ja, das ist ja unsachlich. Ja, so eine solche Gesellschaft hat ganz gewaltige und unlösbare Probleme mit sich selber, solange sie das weiter so macht. Und wie gesagt, nach meinem komischen philosophiehistorischen Urteil und das ist halt das, was ich eigentlich mal studiert habe, Philosophie, hat das tatsächlich sehr viel zu tun mit, wie hat man sich in der griechischen Antike mal die Psyche vorgestellt und da muss man einfach sagen, das stimmt so nicht. Leider ist es aber extrem wirksam gewesen. Es findet sich ja heute noch in unserem allgemeinen Bewusstsein, es findet sich in unserer Sprache, es findet sich in der Form unserer Institution ein Vorurteil über uns selber, das einfach nicht stimmt. Und das Vorurteil sieht ungefähr sehr, sehr eingedampft, sehr, sehr reduziert, sehr, sehr vielleicht auch überspitzt, auf jeden Fall auf den Punkt gebracht, so aus, Emotionen sind ein Übel. und sagen, also das ist so ein, man könnte sagen, man könnte sagen, das, was Platon Aristoteles eigentlich zu ausdrücken, ist eine Art Mr. Spock-Ideal. Und wir wissen heute mit unserer modernen Wissenschaft, dass ein Mr. Spock ein Mensch wäre, der nicht mehr handeln könnte, der nicht mehr entscheiden könnte, der gar nichts mit sich anzufangen wüsste, der auch mit seinen Mitlebewesen nichts anfangen könnte. Jemand, der keinen Zugang mehr zu der eigenen Emotionalität hat, der sozusagen reine Logik versucht zu sein oder ist, wäre ein Wesen, das sozusagen wäre wie ein Stein. Es könnte nichts tun, nichts würde was mit ihm machen. Oder im schlimmsten Fall ein Psychopath. Also jemand, der, wo nichts passiert und der deswegen auch zu extremer Grausamkeit fähig ist, weil es gar nichts mit ihm macht, wenn er mit anderen etwas macht, weil da nichts, keine Rückkopplungsschleife ist. Also der maximale Grausamkeit ausübt, auch daran überhaupt kein Vergnügen hat, sondern es ist ihm einfach egal. Er behandelt sozusagen Menschen wie Objekte. Das wäre ein Mr. Spock. Und das Ideal der platonisch-aristotelischen Philosophie ist tatsächlich sowas wie Ataraxia, Unerschütterlichkeit. Also das, was dann später auch in der Stoa sich dann nochmal weiterentwickelt hat oder ausformuliert wurde. Und da wissen wir heute, das ist hochproblematisch. Menschen mit reduziertem Gefühlsausdruck sind ein Problem und nicht etwas, was man idealisieren oder gar anstreben sollte, so wie es die antike griechische Philosophie aus Verzweiflung über die damaligen politischen Verhältnisse getan hat. Die Philosophie, wer das nicht weiß, ist eine Erfindung in Antwort auf eine gesellschaftliche Krise, auf eine Krise, die politisch nicht bewältigt werden konnte. Also sozusagen eine Antwort auf Politikversagen. Daraus ist Philosophie entstanden und sie ist insofern ein Verzweiflungsakt und nicht immer sind verzweifelte Leute wirklich klug und treffen den Punkt. Oft gehen sie auch krass daneben und das ist im Fall der Philosophie tatsächlich der Fall gewesen. Also wir haben eine große, große Hypothek, das ist unser immer noch virulenter Platonismus, Aristotelismus in anthropologisch-psychologischer Hinsicht, dass wir sozusagen ein Menschenbild haben, das einfach nicht zutreffend ist und auf dessen Basis wir keine gute Gesellschaft hinkriegen können. Auf dieser Basis ist kein Start zu machen. Wir brauchen, dass wir uns zeigen, was Sache ist. Wir brauchen, dass wir einander zeigen, was uns wichtig ist. Wir brauchen auch, dass wir einander spüren können beieinander, was gar nicht so wichtig ist. Ja, also diese, da sind wir wieder bei der Gewichtung. Und fürs Handeln ist Gewichtung entscheidend. Was ist wichtiger, was ist unwichtiger? Wo müssen Ressourcen hin? Wo müssen wir was tun? Wo müssen wir investieren? Und wo ist es vielleicht ein Problemchen, aber es ist kein echtes Problem, weil eigentlich berührt es niemanden so wirklich. Es löst in so gut wie niemanden größere Emotionen aus. Ceterum censio, Isonomia am esse sortienda. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss, auf das wir physisch zusammenkommen und wissen, was beieinander Sache ist. aber wenn man sich seinen Letzt ansiedelt,